weil da kriegt man ja so extra resenz weißt du ich habe autotax ich muss das nicht erklären das ist ja hallo irgendwie kommt man drinnen mehr normal vor ja der ist doch auch die ganze zeit so rum oder ja nur noch treffen müsste man ernsthaft jetzt oh SUPPE! SUPPE? Was? Warum denn SUPPE? Na so... A CRIT? Na so... Na so... SUPPE! AIM! OOH! OOH! Die haben uns zerstört! Äh... Jo! Teleport! Teleport! Damage! Warte... Daher krieg ich viel Damage! Achtung, Boomerang! Achtung, Boomerang! Gott, was ist das?! Achtung! Einmal... Läuf! Dinge, die funktionieren! MAAA! 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 Oh, er hat sich getötet! Oh, du bist schlecht! Nein! Dinge gibt's, die gibt's gar nicht! O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-?! Ja, liebe Kunt! Scheiß mal auf Autotext, ich mach Q! Holy shit man! Möhhh... Julian, hör auf den Bloop aufzumachen! Kartus Junkle, Man! You're Meta! Oh, da kommt ein Tippi. Oh, da steht ein Bot drin. Gott, bin ich gefickt. Harte Fickung. Ach komm, lass mich in Ruhe, Tolle. Sonst kriegst mich eh nicht. Oh, er wartet. Und er wartet. Super. 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 Oh fuck. Julia, du hast mich versterben lassen. Nein! Ich töte nichts. Dann sei besser. Ich werde es junglen. Nein! Doch. Wieso? Wieso nicht? Weil es dämlich ist! Nein! Doch! Doch! Oh Gott! Siehst du das? Julia, ich brauch dich! Julia, hör auf die Knopf zu machen jetzt! Ich töte sie! Gott! Ich töte sie! Gott! Ich komme mit Suppe! Nein! Sie hatte mehr Autotext als ich! Julia, deine Suppe ist useless! Mein Kaffee ist bloß! Niemals! Du bist schon wieder tot! One for one, bitch! Ich habe ja nichts dagegen, wenn du das im Late geben hast! Hallo! Ich werde einfach immer ulten, wenn ich ulti habe. So! Vielleicht kill ich ja irgendwo mal was. Ich hasse dich! Ich hasse dich! Kann ich jetzt bitte die freien Erfahrungspunkt haben! Damit ich level sehe! Oh lol! Die Kuhle ist ja mega lang! Von? Von Requiem! Ja natürlich! Weißt du auch warum? Weil die Kuhle dann auch so ultra lang ist! Oh fuck! Das war vielleicht eine schlechte Idee! Cloud Drake! Der allgemeine Cloud-Strike! Wird immer alle schmeißt! Holt! Wieso?! Du hast hier gerade ein... Was ist?! Ich konnte nicht mal ulten, weißt du! Das ging so schnell! Julia! Bitte! Hahahaha! Ich würde ja jetzt main sparen, aber ich habe keinen mehr! Das war... Mhhh! Wuuuh! Wuuuh! Huuh! Porte jetzt runter! Mit Suppe! Ich hole mir die! Da kommt ein TP! Danger! Ich rette! T-T-T-T-T-T! Also ich versuch's zumindest! Nein! Ich bin viel zu haut, aber trotzdem! Ich bin viel zu haut, aber trotzdem! Ich bin viel zu haut, aber trotzdem! Ich werde jetzt im Endeffekt einen genauso langen Cooler und wie drunter... ...äh... ...äh... ...wie nen Nidale Jump! Heimatinger lass' ich nicht Backporten! Er wird zwar shield'n, wenn ich ulte, aber... ...ich werde ulten! Ich steh direkt neben dir und holt Leon! wenn ich die kanzler machen die dann weniger der mensch aber wenn du auf mehrere ziele muss machen die weniger der dritte blast ist in der singen jenna deals double damage ich habe er hat eh nur Angst da kommt was ist mir egal ich habe was gemacht was ich erreichen wollte Requiem? Requiem? oh fuck sie hat Spellsheet oder? warum hält das auch so lang? kann das nicht so ein Nocturne Spellsheet sein? dann hätte sie jetzt verkackt Autotech Autotech wie krass du doch bist Autotech 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 Habe ich auch gemacht Autotech Autotech Alter ist das ein Dauerkwitz Marokai oder was ist das? Shutdown Easy Sie Sie ist ähm äh Dings verdottet auch verdammt bin ich tot NIEMALS ihr Wichser oh Gott du Wichser das ist meiner gut gemacht Julian Dankeschön Dankeschön oh Gott nein NIEM der Nasus ist aber auch echt nicht gut ne? ich mein wer von Tröne die Forza und Ryla ist Julian ja sag mir wer von Tröne die Forza und Ryla ist Nasus ja aber warum und warum bist du so scheiße weil ich hier Kasus bin ich darf das macht die mach ich fertig oh Gott ich sie ear oh schon er Ingler schöner flash Nasus stone strong long dong nasus werde ich nun sterben nein noch lebe ich sie haben wir direkt wenn wir hinterher wie das muss so viel skiller von hat gesehen ich habe ihn mit fortune getötet ja und sie ist level 1 ich habe mittlerweile genug gut ist was du verdienst das heißt ich kann mit jedem requiem sich ein kill machen Ich trug da mehr, ob er nicht so viel Skill benötigt. Stirb, Miss Forzen! Das ist doch so dumm! Oh nee! Das wird Video Titel! Stirb, Miss Forzen! Oh man, ich hab gleich wiederholt! Von Turm! Ah, du dick! Ah, gleich stirb, Miss Forzen wieder! Ich hab ein Assist für dich generiert, Julia! Lol, äh... Äh, warum ist sie nicht tot? Sie muss ein... Sie muss ein Level aufgestiegen sein! Wo sie als AFK gilt, weil dann kriegt sie heftig Resenz... Äh, Resen... 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 Die Menschen aus Resistenz und Essenz! Verdammt! Resen... War... 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 Okay, ich hab meine Ulti wieder gelevelt! Zoll! Ich hasse dich! Na, jetzt... Jetzt geht's wieder! Ja, jetzt geht's wieder! Siga, wieso? Ohohohohoho... Wiii... Ich weiß nicht, vielleicht wurde sie, äh... Gaglio shield, als sie in der Base war, das kann sein! Oder? Ja, stimmt, das ist möglich, allerdings... Weil da kriegt man ja so extra Resens, weißt du? Ich habe Autotax, ich muss es auf euch erklären. Das war jetzt eine Zauber. Oh, ich war jetzt Banschies. Ich mach doch nicht eine Zauber. Pupp! 785 AP, prepare for one shot. Boom! Du tötest nur eines damit. Und das ist der AFK. Das ist schon traurig. Du musst es so sehen. Galio und MF kann ich gar nicht töten. Die haben immer ihre Shields. MF? Äh, Galio und äh... Silvia. Und Sinn? Das ist die andere Frage. Und Tano? Ehh... Ich räum jetzt hier auf. Boom! Du ja, mach ne Ult hier an. Dann können wir acen. Richtig, tschuldigung. Ja na, es ist schon sehr darauf versessen, das Spiel zu gewinnen, oder? Oh ja. Sehr wichtig. Da bin ich. Ja, es ist immer sehr klug, in den Allstedt zu schreiben. Okay, ich weiß nicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.